Das sind wir jetzt hier, oder? Das sind wir jetzt hier. Das ist natürlich für uns auch eine tolle Sache, dass wir auch so unseren Beitrag dazu leisten konnten, hier möglicherweise Leben zu retten. Ja, großen Respekt auch von mir. Nehmen Sie das auch bitte den Kolleginnen und Kollegen nach Lübeck mit. Das mache ich sehr gerne. Danke. Ich bin selbst medizinerischer Laie. Trotzdem traue ich mich zu behaupten, dass unter den Gesichtspunkten des Virusschutzes der vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz jedenfalls empfehlenswerter ist als der Aluhut. Danke. 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 Danke.